Du liebst Leinen genauso sehr wie wir, hast aber Angst, bei der Pflege etwas falsch zu machen. Deswegen brauchen wir dringend Tipps von unserer Pflegetippsexpertin. Hi Laura! Hi! Wir brauchen unbedingt von dir Tipps für Leinen. Leinen? Ja, sehr gerne. Laura, du hattest uns ja so super schon geholfen bei den Kashmir-Tipps. Und Leinen sind ja jetzt super im Trend. Könntest du uns da auch noch mal ein paar Tipps geben? Was muss die Community beachten? Ja, sehr gerne. Also Leinen ist mega atmungsaktiv, insofern perfekt für diese Jahreszeit, wo es zwischen warm und kühl immer wieder wechselt. Das ist klasse. Und wir haben die Eigenschaften bei Leinen, dass es eine grobere Struktur hat. Das gehört dazu und es zeigt auch, dass es ein Qualitätsmerkmal ist. Okay, und Leinen knittert ja auch voll schnell. Hast du da noch mal einen Tipp? Leinen knittert, das soll ja auch der Look sein. Also es soll nie ganz gepflegt und ganz clean aussehen. Insofern ist der Knitter-Look auch ein optisches Merkmal, dass wir hier von 100% Leinen oder Leinen-Mix drehen. Laura, kannst du uns noch mal ein paar Tipps geben? Wie muss ich denn Leinen richtig waschen? Ja, sehr gerne. Also wir haben verschiedene Leinen-Mix, das ist ein Leinen-Mix, den können wir sogar bei 40 Grad waschen. Insofern ganz normal in die Waschmaschine reinstecken. Bei 100% Leinen steht manchmal drin, also immer schön ins Etikett reinschauen, was die Marke da empfiehlt. Aber sonst Feinwaschmittel ist man immer, Feinwaschprogramm ist man immer auf der sicheren Seite und wenig Grad einzusetzen. Okay, dann kann ja beim nächsten Waschgang nichts falsch gehen. Nein, definitiv nicht. Wenn ihr weitere Fragen habt zu der Leinen-Qualität, schreibt es gerne ins Kommentarfeld. Und wenn ihr mehr über mehrere Materialien wissen wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr überlebt, schreibt es gerne in die Kommentare.